Das war für uns einfach eine neue Methode, das war Neugier. Wir haben das zum ersten Mal gehört und haben gesagt, das möchten wir für uns mal ausprobieren und mal schauen, was es uns bringt. Die Erwartungen wurden auf jeden Fall getroffen, auch teilweise übertroffen, also wir sind da sehr zufrieden und kann gerne so weitergehen. Das ist natürlich immer die beste Empfehlung und wir haben auch Gott sei Dank Patienten, die da rüber kommen, aber das ist halt etwas, was überhaupt nicht messbar ist und man kann natürlich dann versuchen, das einfach ein bisschen positiv zu beeinflussen. Wir haben früher viel Print gemacht, aber ich denke, wie gesagt, es verlagert sich viel auf digital. Das war ganz klar die Patientengewinnung. Dadurch, dass wir keine Überweiser-Kollegen haben, wir sind spezialisiert auf Implantologie und müssen einfach schauen, dass wir unsere Patienten selber akquirieren und ja, das war der Hauptgrund. Skeptisch auf jeden Fall, weil das für uns ganz neu war. Die Kanäle hatten wir noch nicht genutzt, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt und die Skepsis wird immer weniger. Dass es recht unkompliziert ist, man bekommt die Anfragen, muss einfach nur die beantworten und ansonsten hat man da gar keinen Aufwand mit.